Hallo und herzlich willkommen zu Totally Nuts. Mein Name ist Pierre und ihr seid wieder live dabei bei einer neuen Folge von Let's Play Hearthstone. Wir stürzen uns wieder direkt in die lustige Welt des Constructors, wo wir uns in der letzten Folge ja auf Level 17 vorgekämpft haben. Im Moment sind wir ja in der Siegessträhne, das heißt für jeden Sieg, den wir jetzt kriegen, gibt es sogar noch einen Bonusstern und wir gucken jetzt einfach mal, ob wir das fortsetzen können. Das ist jede Menge Gottesstern. Ich glaube, den Kommandant geben wir mal zurück, die anderen sind alle ganz solide, okay. Den Gruß geben wir natürlich gern zurück und dann legen wir doch direkt mal den ersten Diener mit Gottes Schild auf den Tisch. Es gibt so eine Karte für drei Mana, die alle Gottes Schilder zerstört und für jeden Schild drei plus drei plus drei bekommen. Wir hoffen jetzt mal, dass er die nicht im Deck hat. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, mit der Münze so eine Fanatik reinzuspielen. Wobei wir auch hier mit den Spotter spielen können. Wir lassen uns ja erstmal gegen den Einzel-Einzel ganz gut absichern. So. Da wollen wir jetzt wahrscheinlich schon mal anfangen, Kreaturen bei ihm zu zerstören. Wobei wir wieder aufpassen müssen, weil der nächste Runde wieder die Weihe ansteht. Theoretisch gesehen. So. Jetzt schauen wir mal. Weil wir jetzt ja mindestens drei Kreaturen haben oder beziehungsweise nur eine Kreatur haben, die an der Weihe stirbt. Was ja schon mal nicht verkehrt ist. Und da habe ich jetzt auch keine Skrupel. So. Die Priesterin ist immer so eine Sache, die wirkt auf den ersten Blick immer ganz unscheinbar. Aber wenn man es schafft, sie ein paar Züge lang auf dem Feld zu haben. Na jetzt, dass wir das natürlich nicht gemacht haben. Aber wir haben ja trotzdem hier ganz guten Druck offenbar. Im Moment haben wir natürlich die Chance, dass die Teufelswache relativ ohne Widerstand durchgeht. Wobei ich ein bisschen ungern hier die beiden Karten hergebe. Wir ziehen jetzt erstmal eine Karte. Okay. Da legen wir jetzt einfach mal alles aufs Board. Und haben jetzt in der nächsten Runde, oder in den nächsten zwei Runden auf jeden Fall gute Pläne. Wobei es ein bisschen davon abhängt, was unsere Gegner jetzt macht, natürlich. Na okay, das ist jetzt so. Na, es war jetzt ganz gut für ihn auf jeden Fall. Wobei wir hier natürlich das gute Follow-Up haben. Und in Verbindung mit der Verdammniswache, die wir noch auf der Hand haben, ist das jetzt natürlich schon richtig viel Druck, weil das ja im Moment 4, 5, 6, 11 Schaden sind. Wobei er ist auch Senken. Aber er ist schon immer nicht schlecht. Den zu racen ist relativ schwierig. Jetzt haben wir die Möglichkeit auf jeden Fall eine Kreatur noch zu behalten, weil ich jetzt ziemlich sicher die Teufelswache spielen will die Runde. Dann spielen wir dazu einfach noch den Flammenwichtel. Dann spielen wir dazu einfach noch den Flammenwichtel. Weil uns das natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Jetzt schauen wir mal, was er mit seiner 5, 6 Kreatur macht. Da kann jetzt natürlich viel passieren. Prinzipiell lasse ich immer ungern große Kreaturen meinem Gegner liegen, aber hier haben wir zum einen noch einen Spotter, der die Kreatur zumindest darin hält uns zu hauen. Oder auch die anderen Kreaturen. Jetzt schauen wir mal. Also die Tatsache, dass es so lange dauert, sagt uns ja zumindest, dass es kein offensichtliches Play gibt beim Gegner. Na, ist schon nicht schlecht. Jetzt hat die Weih ja doch einiges kaputt gemacht bei uns. Dann geht er auf jeden Fall auf 8. Jetzt... Ah, das kommt uns jetzt natürlich nicht ungelegen. Dann tauschen wir auf jeden Fall hier. Wir ziehen jetzt noch eine Karte. Das sorgt jetzt zumindest dafür, dass er mit der Waffe nicht die Verdammniswache angreifen kann. Aber er hat natürlich die Hand voller Karten. Das heißt, da kann jetzt auch noch einiges schief gehen, wobei er keine Weih mehr hat. Was schon mal gut ist. Die Karte ist so nervig. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir den kaputt bekommen. Okay, das könnte der Win sein. Wenn er jetzt... Na, okay. Das reicht jetzt leider nicht so ganz. Wenn er jetzt der Messerjungler auf ihn geschossen hätte, hätten wir natürlich gewonnen. So... Müssen wir... Einfach seine Kreatur zu stellen. Und hoffen, dass er keine Möglichkeit findet, uns mit dem Messer und so zu töten. Das sagen wir einfach mal go. Das Gute ist natürlich, es reicht, wenn wir einen Schaden irgendwie machen im Moment, um ihn mit dem Seelenfeuer dann zu finishen, sozusagen. Aber es ist grad ziemlich haarig. Satyrion ist auch eine unglaublich starke Karte. Und natürlich, Sport und Gottesschild schon eine gute Kombination ist. Und dann noch der Effekt. Das ist Wahnsinn. Das ist einer der Nachteile, dass wir hier in dem Deck keinen Silencer haben. Weil man solchen Effekten dann relativ schutzlos ausgeliefert ist. Das rettet ihn jetzt erstmal noch nicht. Wobei wir davon ausgehen müssen, dass er noch was kaputt macht bei uns mit seiner Waffe. Bevorzugt wahrscheinlich den Terrorwolf Alpha. Lass dich nachdenken. Im Moment hätten wir immer noch genug Schaden, um zu gewinnen. Ist schon auch eine starke Karte. Ah, sehr schön. Das reicht genau. Da haben wir zwölf Schaden. Und er hat nur elf Leben. Sehr schön. Können wir hier unsere Siegessträhne fortsetzen. Haben sogar noch zehn Gold abgesahen. Und versuchen es doch einfach mal weiter. Ja, das ist das einzige Manko von dem Deck. Wie gesagt, dass man keine Kreaturen haben, wie zum Beispiel diesen Zauberbrecher. Der mal entgegen noch schon Diener zum Schweigen bringen kann. Aber bei den neutralen Karten gibt es da auch wenig Auswahl. Also es gibt so eine Eule für zwei Mana. Die ist 2-1 und bringt ihn zum Schweigen. Die ist okay. Aber jetzt auch nicht aufregend. So, hier gefällt mir der Kommandant natürlich gar nicht. Die Knappeln ist so eine Sache, weil natürlich der Magier sich relativ leicht dabei tut, diese Gottesschilde kaputt zu machen. Aber das ist jetzt die Frage, prinzipiell ist die Kleriker natürlich schon stark. Aber wir haben im Moment keinen guten 2-Drop. Wobei wir da vielleicht auch die Fähigkeit nehmen können. Wir lassen das mal so. Und das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Das Magier-Matchup kann teilweise relativ schwierig sein, weil der Magier ab Turn... ...ja, so ab Turn 6 eigentlich immer schon viele Spells hat, die Kreaturen bei uns kaputt machen. Mehr auf einmal, zum Beispiel den Blizzard, der ja allen 2 Schaden zufügt. Oder sogar den Flammenstoß, der ja allen von uns 4 Schaden zufügt. Und sich davon zu erholen ist immer ziemlich schwierig. Die Karte ist auch richtig gut im Magier-Deck. Weil jetzt zum Beispiel auch die Münze sogar als Zauber wirkt. Deswegen die Magier auch immer gerne on the draw sind. Hm... Hm... Ja, macht's eigentlich jetzt keinen Sinn. Da können wir jetzt auch indirekt angreifen. Das Licht beschützt dich. Wir haben ja in der nächsten Runde immer noch die Möglichkeit irgendwie seinen Wurm zu zerstören. Je nachdem was er jetzt mit seiner Münze anstellt. Also die einzige Kombination, in der es jetzt schlechter war, ihn anzugreifen. Schauen wir mal, wo der hinschießt. Okay. Jetzt kann er natürlich... Ha, interessant. Das hätte ich jetzt, glaube ich, an seiner Stelle anders gespielt, weil er natürlich auch mit dem Ping einfach den... Na, den Leerbandler hätte zerstören können. Und wir sagen jetzt natürlich gerne einmal Dankeschön. Mal gucken mal, was er jetzt daraus macht. Hm... Ist schon ne gute Card. Der wir im Moment nicht viel entgegenzusetzen haben. Also wahrscheinlich wollen wir hier tauschen, weil wir ansonsten einfach das Problem haben, dass er mit dem 2-3er dann unser 2-2er ist und wir dann ja immer noch seine Kreatur zerstören müssen. Richtig toll ist das aber nicht. Wir ziehen jetzt erstmal ne Karte. Wir müssen hier jetzt versuchen, unseren Message Angler zu beschützen. Deswegen will er seine Kreatur leider nicht liegen lassen können. Da haben wir jetzt einen Spot da auch ziemlich gut gewesen. Kann ich mir da abwürfen? Na, schade. Na ja, das macht, glaube ich, Sinn. Na, das hat jetzt ganz gut funktioniert. Das konnten wir durch die weltlichen Ängste unserer Mana doch noch ganz gut nutzen in dem Zug. Weil jetzt einfach den Gottesschild hinzulegen hätte mir nicht so gut gefallen. Einen Frostblitz hat er schon benutzt, da müssen wir immer dran denken. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall seine Kreatur zerstören. Das machen wir am besten mit dem Agent und Kommandanten. Schauen wir mal was er jetzt in seiner Runde macht. Sowas wie der Blizzard wäre natürlich ziemlich gut, weil das bei uns beides kaputt macht. Wo wir dann die Möglichkeit haben, nächste Runde einfach noch einzulegen und ihn mit dem Spot da zu beschützen. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Zauberer anfängt, seine Feuerbälle auf die Kreaturen zu schmeißen. Das heißt nämlich, dass er auf jeden Fall keine Verzauberung oder sowas auf der Hand hat. Ich bin jetzt fast versucht, den Terrorwaffe zu retten, indem wir ihm einfach plus 1 plus 1 geben. Das machen wir jetzt auch mal. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Und dann pumpen wir einfach mal. Was natürlich den Vorteil hat, dass das jetzt auch in Zukunft den Kommandanten beschützt, außer er hat jetzt einen Flammenstoß. Was natürlich gut sein kann. Aber so haben wir uns zumindest gegen den Ping abgesichert. Da kann man manchmal nichts machen. Wobei jetzt da auch nur noch einen hat, maximal. Was natürlich für uns ganz angenehm ist. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn jetzt in den nächsten paar Zügen mit der Verdammniswache und unseren anderen Kreaturen in Bedrängnis bringen können. Es gibt jetzt natürlich durch die Fähigkeit, die den Gottesstück kaputt macht, viele Kombinationen an Karten, die unseren Kommandanten zerstören. Jetzt schauen wir mal, einen Frostblitz hat er schon benutzt, einen Feuerball und einen Flammenstoß. Der stört uns jetzt noch nicht so. Die Zauberin ist schon ziemlich mächtig. Okay. Die Zauberin wollen wir halt auf keinen Fall leben lassen, weil die wirklich gut ist. Wir könnten jetzt natürlich eine Karte ziehen. Das Höllenfeuer auf die Zauberin kasten. Und hoffen, dass wir nicht die Verdammniswache abwerfen. Das ist eigentlich gar kein so schlechter Plan. So. Und haben jetzt natürlich praktischerweise noch genau sieben Mana an Karten auf der Hand. Und müssen jetzt natürlich hoffen, dass er jetzt in den vier Karten nicht gerade noch den zweiten Flammenstoß hat. Aber andernfalls sieht es jetzt ziemlich gut aus für uns. Weil durch den 0-4-Spot da ja auch unsere Kreaturen hier ein Stück weit abgesichert sind. Sowas ist natürlich immer nervig. Aber da kann man leider... Also um den Flammenstoß jetzt drumrum zu spielen, hätte für mich an der Stelle nicht besonders sinnvoll gewirkt. So, wobei wir ja auch jetzt hier ein gutes Follow-up hatten und er jetzt keine Flammenstöße mehr hat. Jetzt müssen wir nur langsam aufpassen, es wird jetzt immer riskanter unsere Fähigkeit zu benutzen, weil der Zauberer natürlich mit dem Feuerball den er noch hat und so Karten wie dem Pyroschlag, der ja auch 10 Schaden verursacht, uns relativ schnell kaputt machen kann. Wobei es gut ist für uns, dass er einen Feuerball und einen Frostblitz schon verwendet hat, auf jeden Fall. Und so Sachen wie die Lepreklume sind ja auch immer mindestens zwei Schaden. Da kann es jetzt sein, dass er noch einen Frostblitz auf der Hand hat, aber ich sehe wenig Möglichkeiten da drumrum zu spielen gerade. Wobei wir jetzt auf jeden Fall nicht die Karte ziehen. Ach, jetzt haben wir einen Schaden vergessen. Ich habe den extra hingelegt, damit der Schildträger einen Schaden hat. Also einen Angriff, und habe dann aber irgendwie nicht mehr dran gedacht, dass wir einen Angreifen damit auch. So was ist immer ärgerlich. Mal gucken. Der Gegner zieht auf jeden Fall eine ganze Menge Karten. Das ist schon mal nicht schlecht für ihn. Ja, das wäre der eine Schaden wäre schon nicht schlecht gewesen, ne? Jetzt können wir glaube ich aber tatsächlich noch mal eine Karte ziehen. Ja, den wollen wir auf keinen Fall spielen. Ja, dann machen wir jetzt an der Stelle mal seine Kreatur kaputt. Und haben jetzt sehr tödlichen Schaden offenbar. Was natürlich auch ein Player gewesen wäre, wäre mit beiden ihn anzugreifen und ihn auf zwei Leben zu hauen. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir den ersten Pyroschlag schon mal weg. Jetzt dürfen wir leider keine Karte mehr ziehen und auch den hier nicht auslegen, um unter 10 Leben zu gehen. Nicht so tolles, wobei er jetzt leider unseren 3-1 erhändeln kann. Und wir die meisten unserer Diener mit Ansturm ja schon gespielt haben. Oh, 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 das... Das ist auch eine ganze Menge Schaden, den er liebt. Okay, jetzt haben wir natürlich nicht mehr viele Möglichkeiten. Ich glaube jetzt müssen wir versuchen einfach ihn direkt zu töten. Also ziehen wir erstmal eine Karte. Okay, dann müssen wir jetzt mal... Oh, sehr schön. Das Höllenfeuer haben wir gesucht. Puh, das war knapp. Das war jetzt natürlich ein bisschen riskant, weil einen Feuerball hat er ja noch im Deck. Aber ich habe jetzt keine Möglichkeit gesehen, gegen die 8 Schaden, die auf dem Board sind, uns jetzt zu gewinnen. Aber manchmal zahlt es sich auch aus, auf Risiko zu spielen. Okay, super. Puh. Mit dieser Aufregung beenden wir jetzt mal diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und schaltet doch wieder ein, wenn es wieder heißt. Let's Play Halfstone. Da geht's beenden wir jetzt also erstmal... ... Vielen Dank.